Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Techniques auf Nintendo Switch. Ich habe jetzt mal zwei Kämpfe schon mal hochgeladen auf YouTube und ich denke, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Zumindest zittert mein Körper nicht mehr. Mal gucken, wie lange noch. Okay, da haben wir hoch und ab und natürlich schon mal nicht vergessen. Und wen haben wir da? Es ist Krams, aus Gruppe D5, aus Dänemark. Auch mit Xerox. Okay, gegen Xerox hatten wir vorhin auch schon. Endlich kann ich wieder atmen. Ach komm, ich war doch schneller mit Greifen. Wahrscheinlich zu viel schneller. Genau wie Lucario, ey. Nach unten weg. Wollt ja. Sehr schön. 1-0. Ja, mira wie auch. Ja,. Ja. 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 warum bin ich da reingeflogen sehr schön 11 das macht das ganze doch spannender so Aua! Jawaja! Sehr schön! Good Fight! Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Na gut, egal. Gut gekämpft. Danke fürs Mitspiel. Das war Pokémon Techniques wieder mit mir von der Kämpfer als Hobby. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen und könntet mich ja auch unterstützen. Als Kämpfer hier bei Pokémon Techniques. Keine Ahnung. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Der Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Und mal schauen, wie es weitergeht. Ich kämpfe jetzt einfach mal noch weiter. Bis zum nächsten Kampf auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.